Das Klingeln der Türklingel heilte durch das kleine Vorstadthäuschen und durchbrach die Stille des sonnigen Nachmittags. Grace, eine 68-jährige Dame, erhob sich langsam aus ihrem Lieblingssessel und richtete die geblümte Schürze, die sie trug. Ihre Schritte waren vorsichtig, aber beständig, als sie sich zur Haustür begab. Die Jahre hatten ihr Haar silbern gefärbt, aber ihre blauen Augen leuchteten noch immer mit derselben Lebhaftigkeit wie früher. Als sie die Tür öffnete, stand Grace einem gut gekleideten Mann gegenüber, der etwa 40 Jahre alt zu sein schien. Er hatte ein sanftes Lächeln im Gesicht, doch seine braunen Augen funkelten mit einer zurückgehaltenen Emotion. Für einen Moment fühlte sich Grace seltsam vertraut, als würde sie einem bekannten Gesicht gegenüberstehen, doch sie konnte ihn in ihren Erinnerungen nicht einordnen. Kann ich ihnen helfen, fragte sie mit ihrer sanften und einladenden Stimme. Der Mann lächelte noch mehr, seine Augen waren fest auf ihre gerichtet. Frau Grace, begann er, seine Stimme zitterte leicht, ich weiß nicht, ob sie sich an mich erinnern, aber ich bin es, Michael. Der kleine Michael, um den sie sich vor mehr als 30 Jahren gekümmert haben. Grace blinzelte überrascht. Fragmente von Erinnerungen begannen langsam in ihrem Kopf zu entstehen. Sie erinnerte sich an einen kleinen Jungen, der durch den Hof rannte, sein Lachen erfüllte die Luft. Jetzt stand dieser Junge vor ihr, ein erwachsener Mann. Ihre Augen füllten sich mit Tränen, als sich Vergangenheit und Gegenwart auf unerwartete Weise verbanden. Michael? Mein Gott, bist du es wirklich, rief sie aus und schlug überrascht die Hände vors Gesicht. Wie du gewachsen bist. Komm rein, komm rein, bitte. Michael erinnerte sich an Momente, die er nicht vergessen wollte, aus einer Zeit, die fern schien, aber in seinem Geist lebendig blieb. Lange Gespräche mit seiner Frau hatten offenbart, wie besonders seine Nanny Grace für ihn gewesen war. Mit der Unterstützung seiner Familie beschloss er, dass es an der Zeit war, sich mit ihr wieder zu vereinen. Er hielt einen kleinen Strauß Gänseblümchen und etwas noch Wichtigeres in seinen Händen und wusste, dass diese Geste alles ändern könnte. Er betrat das Haus und überreichte Grace die Blumen, die sie mit einem emotionalen Lächeln entgegennahm. Das Innere der Residenz war einfach, aber gemütlich. Die Wände waren mit Familienfotos und kleinen Rahmen mit inspirierenden Botschaften geschmückt. Der Duft frischgebackener Kekse lag in der Luft und brachte Michael Erinnerungen an seine Kindheit. Grace führte ihn ins Wohnzimmer, wo sie sich in bequeme Sessel setzten. Michael schaute sich um und bemerkte, dass sich seit seinen Besuchen in der Kindheit nur sehr wenig verändert hatte. Die gleiche Atmosphäre von Frieden und Wärme, an die er sich erinnerte, durchdrang immer noch den Ort. Während sie sprachen, begann er, ein wenig über sein Leben zu erzählen, seit sie den Kontakt verloren hatten. Er hatte Ingenieurwesen studiert, eine Frau namens Sarah geheiratet und hatte nun zwei Kinder, Emily und Lukas. Sie hörte aufmerksam zu, ihr Gesicht erst rahlte vor Freude, den Jungen, um den sie sich gekümmert hatte, zu einem erfolgreichen Mann heranwachsen zu sehen. Das ist wunderbar. Ich freue mich so sehr für dich. Das Gespräch nahm einen ernsteren Ton an, als er offenbarte, dass er nie den Einfluss vergessen hatte, den sie auf sein Leben hatte. Grace war nicht nur ein Kindermädchen, sondern ein wahrer Lichtstrahl der Hoffnung in schwierigen Zeiten. Seine Eltern stritten ständig, was eine angespannte und instabile Umgebung schuf. Sie tat ihr Bestes, um dem Jungen Momente des Friedens und der Normalität zu bieten. Sie glaubte immer, dass ein wenig Liebe und Aufmerksamkeit das Leben eines Kindes verändern könnten, aber es direkt von ihm zu hören, der jetzt ein Erwachsener war, bewegte sie zutiefst. Ich erinnere mich, wie du immer gesungen hast, fuhr er fort, seine Stimme erstickt vor Emotionen. Diese Lieder ließen mich sicher fühlen, selbst wenn es zu Hause schlecht lief. Er nickte, seine Augen mit Tränen gefüllt, und erkannte den tiefen Einfluss an, den sie auf sein Leben hatte. Indem er die Fürsorge und Liebe beobachtete, mit der Grace ihre eigenen Kinder aufzog, erkannte er, dass es möglich war, eine glückliche und harmonische Familie zu gründen, was zu seinem Ziel wurde. Grace wiederum wurde von seinen Worten gerührt. Sie hatte immer angestrebt, ein positives Beispiel zu sein, aber nie gedacht, dass ihre Handlungen eine so dauerhafte Wirkung haben würden. Stolz auf den Mann, zu dem er geworden war, glaubte Grace, dass ein großer Teil davon aus seiner eigenen Stärke und Entschlossenheit stammte. Er jedoch sah die Dinge anders. Für ihn hatte sie die Samen gepflanzt, die ihn auf dem richtigen Weg hielten, während viele Freunde aus seiner Kindheit, die aus schwierigen Verhältnissen kamen, schwierige Wege einschlugen. Die Erinnerungen an Grace's Beispiel waren wesentlich für ihn, um in seinen Entscheidungen standhaft zu bleiben. Emotional wischte sie eine Träne weg, die ihr diskret über die Wange rollte. Für Grace wirkte das Schicksal auf geheimnisvolle Weise, und sie fühlte sich dankbar dafür, eine wichtige Rolle im Leben dieses Mannes gespielt zu haben, ihm geholfen zu haben, seinen eigenen Weg zu finden. Sie verbrachten die folgenden Stunden damit, sich an vergangene Geschichten zu erinnern, über lustige Momente zu lachen und über die gelernten Lektionen nachzudenken. Michael erzählte ihr von seiner erfolgreichen Karriere als Ingenieur, davon, wie er Sarah auf einer Dienstreise kennengelernt hatte, und von der Freude, Vater zu sein während sie sprachen, konnte Grace nicht umhin zu bemerken, wie Michael zu einem freundlichen und rücksichtsvollen Mann geworden war. Sie sah in ihm die Spiegelungen des süßen Jungen, den sie einst gekannt hatte, aber auch eine Reife und Weisheit, die nur die Jahre bringen konnten. Im Laufe des Nachmittags schien Michael etwas nervös zu werden. Er blickte auf die Uhr und dann wieder zu ihr, als ob er den Mut für etwas sammeln würde. Grace, begann er, seine Stimme ein wenig zittrig, es gibt einen besonderen Grund für meinen heutigen Besuch. Sie beugte sich neugierig nach vorne. Was ist es, mein Lieber? Michael holte Tiefluft. Jahrelang habe ich Sarah Geschichten über dich und den Einfluss, den du auf mein Leben hattest, erzählt. Sie hat mich immer ermutigt, dich aufzusuchen, um dir persönlich zu danken. Und, nun, ich bin nicht nur hier, um Danke zu sagen. Er stand auf und ging zu seinem Mantel, der nahe der Tür hing. Aus einer der Taschen holte er einen Umschlag heraus. Wieder hinsetzend, reichte er ihn ihr mit leicht zitternden Händen. Was ist das, Michael? fragte sie verwirrt. Bitte, öffne ihn, bat er leise. Vorsichtig öffnete sie den Umschlag. Ihre Augen weiteten sich beim Anblick des Inhalts, ein Scheck mit einem Betrag, den sie sich in ihrem Leben nie vorgestellt hätte. Michael rief sie schockiert aus. Ich, ich kann das nicht annehmen. Es ist zu viel. Michael lächelte, seine Augen leuchteten vor Entschlossenheit und Dankbarkeit. Frau Grace, das ist nur ein kleiner Bruchteil dessen, was sie mir gegeben haben. Sie haben mein Leben verändert, mir gezeigt, was es bedeutet, bedingungslos zu lieben und geliebt zu werden. Jetzt möchte ich sicherstellen, dass sie den Komfort und die Sicherheit haben, die sie verdienen. Grace schaute auf den Scheck, dann auf Michael, Tränen strömten ungehindert über ihr Gesicht. Aber Michael, ich habe nichts Außergewöhnliches getan. Ich habe mich nur um dich gekümmert, wie ich es bei jedem Kind getan hätte. Und genau deshalb verdienst du das, antwortete Michael. Du hast Liebe gegeben, ohne etwas dafür zu erwarten. Jetzt ist es an der Zeit, etwas von dieser Liebe zurückzugeben. Grace war einen Moment lang still, ließ alles auf sich wirken. Sie dachte an ihre überfälligen Rechnungen, die kleinen Reparaturen, die im Haus nötig waren, die Medikamente, die sie sich manchmal kaum leisten konnte. Michael, sagte sie schließlich, ihre Stimme vor Emotionen erstickt, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das, das wird mein Leben verändern. Michael stand auf und kniete sich neben den Sessel, hielt sanft Grace, faltige Hände. Die Geste war ein Ausdruck seiner tiefen Dankbarkeit für den Einfluss, den sie auf sein Leben hatte. In diesem Moment reichten Worte nicht aus, um die Tiefe seiner Gefühle auszudrücken. Grace zog ihn in eine feste Umarmung, in der sich ihre Tränen mischten und eine emotionale Bindung schufen, die die Zeit überdauerte, die Vergangenheit und die Gegenwart in einer Atmosphäre von Liebe und Dankbarkeit miteinander verbannt. Als sie sich voneinander lösten, traf Grace Blick den von Michael, und darin konnte er das Spiegelbild des Jungen sehen, um den sie sich einst so sorgsam gekümmert hatte. Sie hatte all die Jahre für ihn gebetet, selbst nachdem er seinen eigenen Weg gegangen war, stets um seinen Schutz und sein Glück bittend. Michael, bewegt, fühlte, dass diese Gebete erhört worden waren, denn das Leben hatte ihn auf Wege geführt, die er sich nie hätte vorstellen können. Der Nachmittag verlief mit Gesprächen, Lachen und geteilten Erinnerungen. Er zeigte Fotos der Familie, die er gegründet hatte, und Grace, verzaubert, sah die lächelnden Gesichter von Sarah, Emily und Lukas. Es war, als hätten sich ihre Lebensgeschichten erneut verflochten und brachten ein Gefühl der Kontinuität und Erneuerung. Als der Abend hereinbrach und es Zeit war zu gehen, malte die Sonne den Himmel in sanften Orange- und Rosatönen. Zum Abschied besiegelte eine neue Umarmung das Versprechen eines Wiedersehens. Grace wünschte sich, ihn erneut zu sehen, diesmal mit seiner Familie. Michael wiederum versicherte, dass er zurückkehren würde, und bekräftigte, dass die Liebe und Fürsorge, die sie ihm gezeigt hatte, weiterhin Einfluss auf die Welt hatten, sich durch ihn und seine Kinder als ein Vermächtnis fortsetzte, das niemals enden würde. Als sie Michael weggehen sah, fühlte Grace ein tiefes Gefühl von Frieden und Erfüllung. Sie blickte zum Himmel auf und flüsterte ein Dankgebet. Was als einfacher Akt der Liebe vor Jahrzehnten begonnen hatte, war zu etwas viel Größerem herangewachsen, als sie es sich je hätte vorstellen können. In dieser Nacht, als sie sich hinlegte, dachte Grace darüber nach, wie kleine Akte der Freundlichkeit eine dauerhafte Wirkung haben können. Sie schlief mit einem Lächeln im Gesicht ein, ihr Herz überfließend vor Dankbarkeit für das Leben, das sie gelebt hatte, und die Leben, die sie berührt hatte. Und in ihren Träumen hörte sie erneut die süße Melodie des Wiegenlieds, das sie früher sang, eine ewige Erinnerung an die transformative Kraft der Liebe. Wenn Ihnen die Geschichte gefallen hat, hinterlassen Sie bitte einen Kommentar mit einer Bewertung von 1 bis 5, um zu zeigen, wie sehr sie Ihnen gefallen hat. Schauen Sie sich auch das Video an, das jetzt auf Ihrem Bildschirm erscheint. Bis bald! Die Musik Vielen Dank.